Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Fröhliche Dezember-Tage! Meine Freundin hatte die ultra coole Idee, dass ich sowas mache. Jeden Tag ein Türchen und sowas. Ihr wisst schon, ein Adventskalender sozusagen für euch. Und ja, das mache ich. Ich habe hier unten ein Licht an. Ja, ist gut mit Licht. Das ist wirklich das erste Türchen, in dem ich kurz erkläre. Also heute am 1. Dezember. Am 1. Dezember. Bei mir auf der Uhrstelle 31. Das stimmt doch nicht. Am 1. Erkläre ich es kurz und dann kommen die nächsten paar Tage. Einfach solche kurzen 1-3 minütigen Videos. In denen ihr einfach etwas über mich erfahrt. Über mein Leben und so weiter. Das da hinten ist die coole Wand. Ihr wisst ja bescheiden. Ja, das sagt... Und heute gibt es folgende coole Sache. Eine Überraschung. Das war eine Überraschung für mich. Meine Freundin hat auch eine Adventskalender. Also einen Adventskalender praktisch für mich gemacht. Und ich habe heute etwas bekommen. Sie hat auch etwas von mir bekommen. Von mir hat sie einen schönen Schal bekommen. Heute am 1. Für das erste Türchen. Den Schal hat sie vor ein paar Wochen mal gesehen. Und hat gemeint, wenn der mal runter gesetzt ist oder sowas. Aber bla oder jetzt nicht. Aber bald. Und jetzt habe ich dann gekauft, weil ich cool bin. Also vor längerem schon. Und da hat sie sich sehr gefreut. Und er hat nie erraten, was sie mir geschenkt hat. Sie weiß, dass ich oft auf 9-Geek unterwegs bin. Und dass mir die Rage-Comics gefallen. Mit den Memes und sowas. Und da hat sie mir das hier gefreut. Jetzt mach es mal auf. Ich weiß es auch nicht. Ist es cool oder ist es cool? Ultra cool. Ich weiß. Ich weiß. Es kommt mich schon wieder hin. Da sieht man es zwar nicht mehr. Aber ist es nicht cool? Ich weiß. Es ist echt cool. Guck mal her. Genau. Das ist das erste Video jetzt gewesen für das erste Türchen. Das Bild, was sie am Anfang gesehen hat, hat sie auch gemalt. Voll schön. Ich bin es ja noch mal eingemein. Ultra schön. Ich weiß. Jetzt kommt jeden Tag so ein Video. Irgendwas Kleines, was Schnuckeliges, was Putziges. Irgendwas über mich. Keine Ahnung. Sie ist bestimmt dann auch mal dabei. Ich muss sie euch ja mal vorstellen. Ne? Ja. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und bis morgen dann beim nächsten Türchen. Ciao, ciao.